Wir müssen unsere Bibliothek um jeden Preis verteidigen. Sollte unser Wissen in die schmuddeligen Hände von Herzog Trüff fallen, wäre das Königreich mit Sicherheit verloren. Eine Kunst haben wir jedoch noch, an der wir euch teilhaben lassen können. Das Geheimnis des Pechkochens. Das könnte euch helfen, das Kloster zu verteidigen. Setzt die gesammelten Rohstoffe ein, um das Kloster wieder aufzubauen und zu verteidigen. Eure Armee hat eine deutliche Spur im sumpfigen Grasland hinterlassen. Es wird also nicht lange dauern, bis das Schwein euch findet. Setzt Pikeniere ein, um die Truppen des Schweins aufzuhalten, und lasst eure Baumeister Pech kochen. Am wirksamsten ist es, wenn ihr das kochende Pech aus der Höhe auf die Truppen des Feindes gießt. Sire und Marsch! Und dann kommen sie zu. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Hei, es werden Waffen benutzt. Was benötigt sei er. 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 Heiß wie die Hölle. Heiß wie die Hölle. Heiß wie die Hölle. Heiß wie er. Heiß wie er. Heiß wie heiß. Heiß wie er. Heiß wie er. Eure Lautschaft? Eure Beliebtheit sinkt. Ich bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ihr habt nicht genügend Gold. Die Leute verlassen die Burg. Zu Diensten. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Uns entgeht niemand. Bogenschützen bereit. Ziel angepeilt. Der Feind hat die Gäste. Der Feind hat die Gäste. Das ist das ist die Gäste. Da ist von fortyチャンネル. Die Gäste. Der Feind hat die Gäste. Die Gäste. Schultert die Waffen! Auf dem Weg! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Mein Bogen ist euer! Was wünscht ihr? Ich habe mich verbrannt! Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord! Ihr verwöhnt uns, mein Lord! Ich habe mich verbrannt! Ich habe mich verbrannt! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir benötigen Holz! Unsere Schatzkammer leert sich! In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire! Was wünscht ihr? Bechbottich wird bemannt! Die Truppen des Schweins greifen an! Bereits eure Lordschaft! Oder? Möge! Bisschen? Bisschen? Wurde! Bisschen? 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 Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr? Zur Stelle! Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Achtung! Im Laufschritt! Ei, es kommen Leute zur Burg. Rücken aus! Eure Befehle! Und los! In Ordnung! Eure Beliebtheit steigt! Der Feind hat die Mauern eingerannt. Sire! Der Feind befindet sich in der Burg zur Leibe. Wir finden, wo es zählt? Mit Gott! Eine Botschaft des Schweins. Ihr seid wirklich zu NICHT gut. Vielleicht kann man eure Haut noch verwenden. Ihr seid besiegt. Deinemisch. 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 Deinemisch.